Seine Fans fragen sich das schon lange geht die heimliche Liebe weiter seit dem Hit warum hast du nicht ja gesagt sind die beiden mehr als nur gute Freunde und sie will es auch aber Roland Käser weiß wie das Küssen geht er macht sich bereit. Auf Facebook steht er will aber mehr mindestens eine Hochzeit oder ein Kind so der Facebook Gericht aber ob man so etwas vertrauen kann schließlich wird es ja auch nicht stimmen dass man mit Trauben Zuckertauben küssen kann alles sehr. Komisch aber ich werde es am Wochenende ausprobieren ja Facebook hat wirklich sehr oft recht wir werden sehen wann wir die Hochzeitsglocken hören oder das Kind Nachricht bekommen von ihm das wäre lustig das zu lesen bei Facebook am besten. Darum ganz schnell abonnieren helfen sie mir ich muss eine Wette gewinnen ich brauche noch 10 Abos um zu gewinnen dann kauft mir mein Freund eine neue Playstation 5 bitte helfen sie mir.